Eine verhängnisvolle Verspätung. Verzweifelt nötiges Warten. An diesem Samstag wollen Katrin und Leonora zu einer ausgiebigen Shoppingtour nach Hamburg aufbrechen. Allerdings verspätet sich Leo wieder einmal massiv. Dies wäre nur halb so schlimm, wenn Katrin nicht so fürchterlich dringend pinkeln müsste. So aber werden die Minuten während des Wartens gefühlt zu Stunden. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage.